Bist du so etwas wie ein kranker Perversling? Man nennt mich den Glockenhalter. Halter der Glocke. Ich bin dafür verantwortlich, die Glocke zu halten. Wann immer in der Welt ein Leben zu früh zu Ende geht, wird eine Seele frei. Doch sie hat noch keinen Platz auf der anderen Seite. Das Läuten der Seelenglocke ruft sie her, damit sie vom Heiligen Baum aufgenommen werden kann. Ich habe das ehrenvolle Amt des Glockenhalters seit sieben Jahren innen. Ohne Pause, auch nicht für einen kurzen Moment. Ja, sehr müde. Aber ich schlafe nicht ein. Mein Amt ist viel zu wichtig. Nur dank Coca-Cola bin ich noch wach. Das ist die Seelenglocke. Hör zu. Vier verhungern in der Wüste. Mann während einer Wilhelm-Tell-Feier in Kopf geschossen. Schiffsunglück vor der Küste Alansias. Acht sind ertrunken. Sieben ertrinken beim Versuch, eine Katze aus einem Brunnen zu retten. Frau stolperte über Igel in Fendemor. Durchbohr. Durchbohrte sich selbst mit ihrer Schere. Konfetti-Unruhen in Jenvalka 19 sterben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Fluchtexperte ertrinkt in der Bucht der Bestürzung. Test des ersten Dynamitbummerangs der Welt Sechs sterben Mann von Amok laufenden Hühnern zu Tode gepickt Mann mit Darmbeschwerden erstickt an eigenem Furz Prügelei in Polygon ist drei Nein, vier sind tot Zwei fallen während einer Ufo-Sichtung aus einem Wetterballon Sieben sterben bei der Explosion eines Wetterballons des Wahlkörpers am Alansia-Strang Wohnungsbrand in Mordania Mann in Mordania wurde von fallender Kokosnuss erschlagen Von Tornado aufgesaugtes Hochseefischerboot landet Mit den Zentralmundianer neun sterben Frau stürzt zu Tode beim Überprüfen der Stärke von Fensterglas Pest in großer walisischer Stadt Mit fünfzehn sterben Mit den Zentralmundianer neun sterben Mit den Zentralmundianer neun sterben Geisterwagen tötet sich Geisterwagen tötet sich Mit den Zentralmundianer neun sterben Tragischer Jonglierunfall in Polygon ist Zwei wurden enthauptet Zwei erliegen Messerstichen in den Rücken Man erstickt an einer Fischgräte Einer ertrinkt in einem Bottich mit Eiercreme Naja, genug von diesem Unsinn Soll das eine Drohung sein? Oh, das ist das Ende des Universums